Das Buch der Richter Das Buch, das auf Joshua in der Bibel folgt, heißt Richter. Richter ist nicht etwa der Name des neuen Führers des Volkes. Es ist auch nicht der Name des Autors dieses Buches. Richter ist ein Titel für bestimmte Menschen, die in dieser Zeit lebten, bevor es Könige in Israel gab. Sie waren von Gott eingesetzt, um das Volk zu befreien. Die Richter in Israel waren nicht Gesetzesgelehrte oder Rechtspfleger wie unsere Richter heute. Es waren oft ganz einfache Leute, Bauern, Handwerker, nicht unbedingt die besten und edelsten Menschen, also Leute wie wir, die aber Gott vertrauten. Gott berief sie, wenn sein Volk sich in Not befand und eine gute Führung brauchte. Die Richter leiteten dann für einige Jahre das Volk oder einzelne Stämme. Die Regierungsform zu dieser Zeit bezeichnet man als Theokratie, das heißt Gottesherrschaft. Es gab weder eine Monarchie, die kam erst viel später, noch gab es eine Demokratie. Gott griff direkt ins Geschehen ein, indem er Männer gebrauchte, die er berufen hatte. Nun war die Richterzeit in der Bibel aber keineswegs eine glorreiche Epoche im Leben des Volkes. Im Gegenteil, es war eine sehr traurige Zeit. Das Volk war nur mehr eine lose Gruppierung von zwölf Stämmen. Es gab keine zentrale Regierung und die Grenzen des Landes waren nicht befestigt. Wie es in Israel nach dem Tode Josuas aussah, möchte ich dir am liebsten direkt aus der Bibel vorlesen. Das zweite Kapitel des Richterbuches ist meiner Ansicht nach eine sehr treffende Zusammenfassung der ganzen Situation. Beachte bitte einmal den Kreislauf in diesen Versen. In Richter Kapitel 2 Vers 8 und fortfahrend heißt es wörtlich, Nach und nach starb auch die ganze ältere Generation und es wuchs eine neue Generation heran, die vom Herrn nichts wissen wollte und seine großen Taten für Israel nicht miterlebt hatte. So kam es, dass die Leute von Israel taten, was dem Herrn missfiel. Sie verließen den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, und liefen fremden Göttern nach. Sie fingen an, die Götter ihrer Nachbarvölker anzubeten und beleidigten damit den Herrn. Weil sie an seiner Stelle den Gott Baal und die Göttin Astarte verehrten, wurde der Herr zornig auf sie. Er ließ immer wieder räuberische Biduinen über sie herfallen, die sie ausplünderten. Er gab sie auch den feindlichen Nachbarvölkern preis, sodass sie ihnen nicht mehr standhalten konnten. Jedes Mal, wenn sie in den Kampf zogen, war der Herr gegen sie und ließ ihnen nichts glücken, wie er ihnen das angedroht und mit einem Eid bekräftigt hatte. So gerieten sie in schwere Bedrängnis. Immer wieder ließ der Herr bedeutende Männer erstehen, die Richter, die die Leute von Israel aus der Gewalt der plündernden Nachbarstämme befreiten. Aber selbst auf ihre Richter hörten sie nicht. Sie liefen weiter den fremden Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. So rasch waren sie vom rechten Weg abgekommen und gehorchten nicht mehr den Geboten des Herrn, wie das ihre Vorfahren getan hatten. Trotzdem ließ der Herr ihnen immer wieder einen Richter als Retter erstehen, und er stand dem Richter zur Seite und befreite sie aus der Hand ihrer Feinde. Denn wenn sie über ihre Quäler und Unterdrücker klagten, tat die harte Strafe dem Herrn leid. Aber sie gehorchten dem Herrn nur, solange der Richter lebte. Nach seinem Tod wurden sie jedes Mal wieder rückfällig und trieben noch schlimmeren Götzendienst als ihre Vorfahren. Sie dachten nicht daran, von ihrem Trotz und Ungehorsam zu lassen und sich zu bessern. Deshalb wurde der Herr zornig auf Israel und beschloss, weil dieses böse Volk mir nicht gehorcht und den Bund ständig bricht, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, werde ich keine weiteren Völker mehr vor ihnen aus dem Land Kanaan vertreiben. Die Völker, die Joshua nicht mehr besiegen konnte, lasse ich im Land bleiben, um die Israeliten auf die Probe zu stellen, ob sie mir gehorchen, wie ihre Vorfahren oder nicht. Eben deshalb ließ der Herr diese Völker im Land und vertrieb sie nicht so schnell. Deshalb hatte er sie auch nicht in Josuas Hand gegeben. Aus dem eben gelesenen Abschnitt ersehen wir Folgendes. Erstens. Israel hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Völker aus seinem Land vertrieben. Diese Völkergruppen und Stämme erstarkten wieder mit der Zeit und wurden Herr über Israel und unterdrückten es. Joshua hatte schon vorausgesagt, dass es so kommen werde, wenn Israel nicht konsequent sein würde. Zweitens. Beteten sie die Götzen der Völker an, die um sie her wohnten. Joshua hatte ausdrücklich gesagt, sie sollten das nicht tun. Sie sollten ihrem Gott treu bleiben. Die Neigung zu anderen Göttern ist ein dauerndes Problem des Volkes Israel im Alten Testament. Später im Neuen Testament hat Israel seine Lektion gelernt und betet keine fremden Götter mehr an. Dafür ist es aber so eng und gesetzlich geworden, dass es Jesus nicht als den Sohn Gottes erkennen konnte. Indem Israel den Göttern, den Nachbarvölker, diente, geschah zweierlei. Erstens. Es erzürnte Gott, der seine Untreue als Abgötterei und Hurerei bezeichnete. Und zweitens. Die Einigkeit des Volkes zerfiel noch mehr, denn die Religion und Glaube an Gott war das, was sonst noch die zwölf Stämme verbannt und zusammenhielt. Drittens. Gott wurde zornig über die Untreue und Abgötterei seines Volkes. Die Strafe ließ nicht auf sich warten. Sie kam in Form der Unterdrückung durch die Völker, die Israel nicht vertrieben hatte, sondern deren Götter sie angenommen und mit denen sie sich vermischt hatten. So gebraucht Gott andere Nationen, um sein Volk zu strafen, eine Methode, die wir immer wieder in der Geschichte Israels sehen. Die Ausbeutung und Unterdrückung durch andere Völker in der Richterzeit war manchmal so schwer, dass im Volk Gottes eine regelrechte Hungersnot entstand. Die Feinde raubten entweder alle Herden oder sie kamen zur Zeit der Ernte und schleppten den Weizen, die Weintrauben und was sie finden konnten, weg. Israel konnte den Feinden nicht widerstehen, hatte Angst und verkroch sich in Höhlen. Viertens. Die Folge dieser Unterdrückung und Not war, dass Israel sich nach einiger Zeit wieder an seinen Gott erinnerte, der früher Wunder getan hatte. Wenn es sich aber an seinen Gott wandte und Hilfe erflehte, dann fiel ihm auch gleich wieder seine Sünde ein, dass es nämlich untreu und ungehorsam gewesen war. So ist das oft. Wenn wir uns mit Ernst dem Herrn nähern wollen, dann hindern uns die Sünden daran, wir schämen uns und haben Angst. Wenn die Not aber zu groß wurde, dann tat Israel Buße über seine Vergehen und bat Gott, ihm doch wieder zu helfen. Fünftens. Gott ist barmherzig und geduldig und so erbarmte er sich immer wieder über sein abtrünniges und halsstarriges Volk. Gottes Hilfe kam in Form eines Richters, eines Mannes aus dem Volk, den er mit besonderer Kraft, Weisheit oder Mut ausgerüstet hatte. Dieser Richter vollbrachte entweder selbst einige Handstreiche, die das Volk Gottes von seinen Bedrängern befreite, oder er rief die Männer Israels zu einem Befreiungskrieg zusammen und führte die Heere an. Gewöhnlich bestätigte Gott diesen Mann durch einen wunderbaren Sieg über die Feinde. So gewann der Richter Autorität und den Respekt des Volkes. Sechstens. Solange der Richter dann lebte, gab es meistens eine Zeit des Friedens, der Einigkeit, des Glaubens und des Fortschrittes in Israel. Nach dem Tod des Richters dauerte es meist nicht mehr lange, bis das Volk sich wiederum anderen Götzen, der benachbarten Völker zuwandte und einfach seinen Gott verließ. Darüber wurde Gott zornig und sandte seine Strafe in Form von Unterdrückung und Knechtschaft für sein Volk und der ganze Kreislauf ging wieder von vorne los. Siebenmal in den 300 Jahren, die die Zeit der Richter dauerte, wird uns dieser Kreislauf berichtet und er zeigt uns, wie unbelehrbar der Mensch doch ist. Kaum ist die Strafe vorbei, so ist Gott auch schon wieder vergessen. Das Buch der Richter zeigt aber auch die unerschöpfliche Gnade und Geduld Gottes. Siebenmal kam das Volk mit derselben Sünde zu Gott und siebenmal vergab Gott und sandte einen Befreier. Diese Tatsache darf uns zur Ermutigung dienen. Du brauchst nicht zu verzagen oder in Lethargie zu verfallen, wenn du gesündigt hast. Wer in Buße und Glaube zu Jesus kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Auch wenn du schon einmal wegen derselben Sache Gott um Vergebung gebeten hast, so komme immer wieder, wenn du versagt hast. Gott stößt dich nicht hinaus. Er vergibt dir immer wieder. Das gilt auch für Hörer, die schon einmal dem Herrn ihr Herz geöffnet haben und den Weg des Glaubens betreten haben, dann aber abgefallen und ungehorsam geworden sind. Du darfst, ja du musst zurückkommen zu Gott. Es gibt keine andere Hilfe für dich. Natürlich will der Teufel dich davon abhalten. Er wird dir sagen, du hast schon zu oft versagt. Gott wird dich nicht mehr annehmen. Er will dir nicht mehr glauben. Oder er wird sagen, nein, jetzt ist schon alles zu spät. Du hast schon zu lange gezögert und gewartet. Jetzt hört Gott dich nicht mehr an. Glaube diesen Reden nicht. Sieh das Beispiel im Buche Richter und wie oft Gott sich dort seinem Volk gegenüber gnädig erzeigt hat. Schöpfe heute Mut und kehre um. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir sind Sünder und haben uns von dir entfernt. Gegen besseres Wissen haben wir uns gegen dich entschieden und sind wiederholt dem Bösen gefolgt. Wir schämen uns darüber, bitten dich um Vergebung unserer Sünde. Danke, dass du so gnädig und geduldig bist. Amen.